hallo und willkommen zusammen auf meinem kanal grounded ist unser spiel und wir wollen dieses labor hier untersuchen das eichenlabor und der roboter hat uns leider davon abgehalten keine gute idee einfach da rein zu laufen und sich mit dem anzulegen und dementsprechend bin ich losgelaufen und habe zugesehen dass ich hier ein zelt baue dieses zelt die kleeblätter die hatte ich versucht zu sammeln und hat mich dann eben halt eine wollspinne auch noch kalt gemacht das heißt ich bin hinten bei dem labor gewesen sehr lange laufen wollte ich dann auch nicht und habe einfach genommen das zelt mitgenommen durch umstellen können wir das dann also auch mitnehmen wir können nur eben halt nicht mehr laufen allerdings gehen so und ja gut das ist schön ja auf jeden fall haben wir den haben wir den spawnpunkt jetzt hier und jetzt werden wir mal die werkbank benutzen denn ich hätte gern einen helm den können wir herstellen wir haben alles da und gleich ausrüsten ja ja für mich so richtig sicher jetzt ja gut also blocken ganz wichtig das kriegen wir hin so da ist er den greifen wir direkt an ah der hat uns doch wieder erwischt hier ist doch keine gute idee gut wir sind gestorben alles klar das kriegen wir besser hin so lauf und so sicher ist das mit den hellen nämlich doch nicht er hilft nicht wirklich viel wir müssen zusehen dass wir den wir müssen uns doch ich bin guter dinge dass aus dieses mal schaffen. Das wäre echt schön. Was? Na gut. So. So. Erwischt hat er uns. Wo kann ich sehen, wieviel er abgekriegt hat? Nirgends irgendwie. Hau ab! Lauf! Lauf, lauf, lauf! Das kriegen wir irgendwie hin. Oh. Geht er wieder? Ja. Kann man wieder von hinten angreifen und... Ah, da sehe ich es doch. Na also. Nein, lauf! Oh. Okay. Also unser Speer macht auch nicht mehr lange mit. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Lauf, lauf, lauf! Ich versuche hier durch Flucht... Ui! Ein bisschen Zeit zu schinden. Aber von alleine wird das irgendwie nicht. Nein! Hast geschafft! Ja! Ui! Bursche! Was für ein wilder Kampf. Also, Tasche holen. Ich bin dafür, einen neuen Speer zu bauen. Und kann ich den reparieren? Ah, wir gucken mal. Vielleicht kann ich den reparieren. Und ein Verband wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja. So machen wir das. Und dann wollen wir mal schauen. Herstellen garantiert? Ne. Also reparieren ist glaube ich nicht drin. Sprössling, ja. Dann sollte ich noch einen Sprössling besorgen. Aber vorher brauchen wir noch einen Verband. Und dann ist sogar alles da. Ja. Nur ein Fleischwunde. Mhm. Okay. Da haben wir den Verband. Und... Jo. Verbrauchen. So. Mal gucken was er gebracht hat. Jo. Wir heilen langsam. Dann sollten wir unser Glück nicht herausfordern. Irgendwie etwas machen, wo wir vielleicht nicht gleich uns wieder verletzen. Und später denke ich mal... Ich hoffe doch, dass wir den jetzt nicht brauchen. Mhm. Ja. So. Gut. Wo geht's jetzt so lang? Okay. Okay. Da... Da ist auch grün. Aha. So. Was kann ich jetzt damit anfangen? Details anschauen. Tab. Ja. Auch immer. Ähm. Nein. Moment. Wo ist es? Nein auch nicht. Huh? Ah. Da. Das hatte ich ja noch gar nicht gesehen. So richtig? So. Wo finde ich das jetzt? Moment. Da. Da. Betrachten. Gut. Mhm. Ja. Da. Betrachten. Es sei denn. Wir können den hier irgendwo benutzen. Oh. Ja. Dann helfen wir doch erstmal dem Vogel. Hä? Ja. Lass mich helfen. Super. Und nun? Ähm. Wir sollen hier weiter durchsuchen. Also mit helfen ist da scheinbar nichts. Hm. Oder können wir... Ne. Benutzen war da nichts. Nein. Okay. Okay. Weiterschauen. Was haben wir denn da? Nichts. Und das sieht auch nicht so toll aus. Dann schauen wir mal hier. Was haben wir da? Ach komm schon. Ich dachte ich irgendwie in den Forschungsstationen oder so. Hm. Na gut. Dann schauen wir uns hier mal an ob wir irgendwas benutzen können. Ähm. Bisher nicht. Hier war ich schon. Nö. Den hatte ich hier. Ah da. Oh. Halt. Nicht hauen. Burgle Transcription Unit 87.10.25. Order number 73. I find it a wonder that the Burgle Mark 4s never caught on. I believe them to be far superior to the Mark 3s. Those never lived up to my expectations. How's that? They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. And they only had enough memory for one seasoning module. Salt or pepper. All solved with you Mark 4s. Not to mention your most excellent moustaches. P-p-thank you. I will never forget this moment. Hm. Joa. Brauchen wir Details dazu? Gute Frage. Aber vielleicht können wir Google dir helfen. Das wäre ja auch was. So. Ah. Ah. Analysieren. Juhu. Geht auch nur dreimal. Egal. Machen wir. Was erscheint wichtig. Joa. Ich würde sagen. Das sollten wir mal. Analysieren. mom. icy. Läuselatschen. Okay. Gut. Grobes Seil. Tun wir auch realisieren. Und einen haben wir dann noch. Eiche Schaufel? Aha. Sprösslingsbogen. Na das ist doch was. Das ist doch was. Was haben wir hier noch? Ameisenbrocken. Was ist wichtiger? Das oder das? Wir nehmen den Ameisenbrocken. Normaler Stuhl und Ameisenkeule. Aha. Gut. Gut, dann schließen wir erstmal wieder. Nicht schlecht. Gut, dann ist das hier mit analysieren auf jeden Fall eine gute Idee. Dann war es auf jeden Fall auch eine gute Idee, das Zelt herzuholen. Und hier sollen wir jetzt irgendwie helfen. Ja. Es wird nichts. Muss ich es jetzt mehrmals versuchen. Moment. Ja. Ich hätte vielleicht das Kleeblatt. Oh, nö. Och, nö. Gut, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Speer. Und wie kommen wir hier wieder raus? Da. Was, was, was. Ja. Das finde ich ist auf jeden Fall eine super Idee. Moment, was braucht man doch für den Speer? Nein, nicht das. Der Speer. Kieselspeer. Obwohl. Ja, so ein bisschen auf Distanz ist es nicht schlecht. Wo ist der Bogen? Noch ein Bogen erlernt, oder nicht? Ach so. Moment. Hier geht es ja noch weiter. Sprösslingsbogen. Aber. Weil ein Bogen ist schön. Ich bin für den Kieselspeer. Ja, an den habe ich mich gewöhnt. Moment. Moment. War da was mit Reparieren? Nein, nein, nein. Da war nichts. Nein. Gut. Sprössling. Wo sind die Sprösslinge? Das sind keine Sprösslinge. Nein, Pflanzenfaser ist egal. Die nehmen wir trotzdem mit. Und ein bisschen davon und ein bisschen davon. Jo. Was haben wir da? Das braucht ein paar Jo, eine Ameise. Gut. Ist auch eine Idee. Komm schon. Na also. Ja, nach dem Roboter erscheint mir das ja richtig einfach. Sehr gut. Aber wo kriege ich jetzt den Sprössling her? Den hätte ich dann jetzt schon gern. So. Ich würde sagen, in der Nähe von Gräsern sollten wir das bekommen. Nee, das ist ein Kleerblatt. Nein. Da ist auch keiner. Da haben wir doch Sprösslinge. Da nehmen wir auch reichlich mit. Oder einige. Abweiß wir nehmen so alle. Noch irgendwo. Nein. Wir haben keine weiteren. Das ist eine Trinkdose. Apropos trinken. Oh. Ich sehe gerade. Trinken jetzt ja auch schon wieder notwendig. Das bedeutet... Sprösslinge. So. Hö. Achso. Okay, das geht ja noch. Ah. Komm schon. Komm, 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 komm. Größer. Äh. Äh. Ich bin ja weiter andrücken. Äh. Ach da. Ach schon, komm. Ah. Träff nicht. Gibt's ja nicht. Ah, endlich. Oh. Was? Ah. Da ist noch eine. Ah. Ich gucke immer nicht auf die Ausdauer. Ja, ja. Dann tauchen wir uns mal. Ah, komm. Ja, doch. Ja, dann hau lieber ab. Ja, bevor wir hier drauf gehen. Puh. Okay. Ich brauche einen neuen Speer. Was? Die kommt wieder. Verschwinde. Oh, ich will hier weg. Die lasse ich jetzt da. So. Lauf, lauf, lauf. So. Fast geschafft. Ich möchte mich ein bisschen sicherer fühlen. Drum laufe ich lieber hierher. Ui. Okay. Zum Glück können wir den ja so herstellen. Herstellen und ausrüsten. So. Was haben wir jetzt mit dem alten gemacht? Wo steckt jetzt der alte Speer? Da. Da ist der kaputt. Ah. Den können wir doch reparieren. Aha. Neuläu. Haben wir noch einen. Ist auch gut. Gut zu wissen. Hm. Verteidigung. Kann man da was besser machen? Aktionen? Einlassen. Nö. Einfach auch nicht. Und auch nicht. Nein. Da kann ich jetzt erst mal nichts machen. Das ist auch so mit trinken. Ja. Durst hat er. Piep braucht trinken. Junge, Junge. Wir sind ja hier mehr unterwegs für Getränke. Als das wir vorwärts kommen. Oh, Bär. Ja. Komm schon. Hoch mit dir. Immer noch kein Wasser. Es wird echt Zeit, dass wir hier Maden finden. Damit wir ein Getränkeflasche haben. Ah, ja. Gut. Ich muss nicht direkt darauf trinken. Ja, ja. Ist ja gut. Ich bin auch auf dem Weg. So, low, low. Es liegt nicht an mir. Da sind Gräser und da habe ich doch was gesehen. Da ist es. Yes. Und nochmal schnell. Irgendwo was finden. Da. Da ist auch noch was. Yo. Wo ist der Tropfen dran? Da an dem. Ah, komm schon. Da. Gräser. Komm, zeig dich. Zeig dich. Wo bist du hingerutscht? Da. Schlupf. Sehr schön. Ach, das ist auch noch. Aber es nutzt uns eigentlich nicht, oder? Ja, jetzt. Doch. Wir können noch trinken. Nö, nützt nichts. Okay. Gut. So. Ne, da nicht lang. Da. Da ist, glaube ich, der richtige Weg. Oh, hier hoch. Dann hier lang. Und dort lang. Ups. Nein. Hm? Nicht jetzt. Nein. Äh, falsche Seite. Und los hoch. Da war es doch. Dort entlang. So. Ja, aber es müssen wir auch etwas. Ich würde sagen, ich stelle hier noch ein Grill auf. Ne, was ist denn das? Ähm. Herstellen. Wo war es? Da ist es nicht. Dort. Da. Spießgrill. Oh, ne. Fehlt uns einiges. Okay. Ja, ne. Dann würde ich sagen, das muss ich erst besorgen, weil essen müssen wir auch. Und dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ziemlich spannend gewesen, finde ich. Also sehr... Uh, was ist das? Egal. Ja, also sehr spannend gewesen, beziehungsweise sehr aufregend. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also nehmt ein Abo mit, wenn ihr möchtet. Und kommentiert, bewertet. Einen kleinen Daumen hoch, wäre schön. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.